Das muss kesseln. Wer kennt nicht diesen Ausspruch der Comicfigur von Röttger Feldmann alias Brösel und dem Film Werner? ESO hat sich von diesem Satz inspirieren lassen, um eine ganze Reihe von Kesselwagen aufs H0-Gleis zu setzen. Tauchen wir kurz in die Geschichte der Kesselwagen ein. Kesselwagen gab es schon seit der Länderbahnzeit, zunächst um flüssige Güter zu transportieren. Seinerzeit waren sie natürlich noch recht einfach ausgeführt. Mit zunehmender Industrialisierung stieg auch der Bedarf an besser ausgestatteten größeren Kesselwagen für Ladegüter, beispielsweise für Lebensmitteltransporte, Milch, Bier oder Speiseöle, Erdöl- bzw. Erdölprodukte, Flüssiggastransporte oder Druckgastransporte. Da bis in die 1980er Jahre hinein Gasfernleitungen noch nicht flächendeckend vorhanden waren, gab es bevorzugt im ländlichen Raum Gaslager, die per Bahn angedient wurden, um Flüssiggase wie Propan oder Butan per Lkw an die Haushalte zu liefern. Auch viele Unternehmen der chemischen Industrie benötigten die Druckgaskesselwagen für den Versand ihrer Produkte und so trugen die Waggons oft großflächige Logos ihres Eigentümers bzw. Mieters, denn die DB besitzt keine eigenen Kesselwagen. Die Kesselwagenbauart ZAG bedeutet, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Kesselwagen Z mit vier oder mehr Radsätzen A für verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase G handelt. Das ESU-Modell der Marke Pullmann bildet einen vierachsigen 620 Hektoliter Druckgaswagen ZAG der Waggonfabrik Urdigen nach. Die Kesselwagen sind als Set im Fachhandel erhältlich. Unter der Artikelnummer 36 524 Gaskesselwagen Set Linde Ruhrstickstoff DB Weiß und Grau Epoche 3 Mit der Artikelnummer 36 528 Gaskesselwagen Set EFA und EFA DB Weiß Epoche 4 Mit der Artikelnummer 36 532 Gaskesselwagen Set EFA und EFA ÖBB Silber Epoche 4 Und mit der Artikelnummer 36 531 Gaskesselwagen Set GATX und VTG DB Weiß und Grau Epoche 5 Charakteristisch für die Urdiger Wagen mit aufgesetzten Sonnenschutzdach war der vergleichsweise große Dachüberstand mit den radial auslaufenden Distanzblechen. Das mittige Mannloch an der Nicht-Handbremsstirnseite war bei Neubauten bis etwa Mitte der 1960er Jahre üblich. Tritte und Laufgitter sind geätzt und durchbrochen. Extra angesetzte Teile sind Details an der Bremsanlage sowie freistehende Griffstangen, Zapfventile und Absperreinrichtungen. Geätzte Anschriftentafeln mit filigranen Befestigungsstreben vervollständigen den perfekten Gesamteindruck dieses Kesselwagens. Die Drehgestelle der Bauart Minden-Dorstfeld mit freistehenden Rechteckschaken sind filigran und mehrteilig gefertigt. Die Radscheiben sind beidseitig profiliert ausgeführt. Die Kesselwagen besitzen einen Kurzkupplungsschacht nach NEM. Optional sind AC-Radsätze unter der Artikelnummer 41201 erhältlich. Der mindest befahrbare Radius der Kesselwagen beträgt 360 mm. Die Länge über Puffer beträgt 145,7 mm. Für gute Laufeigenschaften sorgt das Eigengewicht dieses Kesselwagens im Zugverband. Er bringt immerhin 90 Gramm auf die Waage. Mit den Kesselwagen von ESO Pullmann lassen sich auf ihrer Anlage vorbildgerecht Kesselwagen-Ganzzüge realistisch zwischen den Epochen 3 bis 5 nachbilden. Die im Set angebotenen Kesselwagen bereichern den Spielbetrieb auf ihrer Anlage und das zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dicherge des Tier 2 und das zu einem それ hier açtender Kesselwagen-Welt, edar au dem Angratens LGGZ, im Schnelle vemos die 2-824-o fraztenzuk сценen. Dasерм SAT-Postente ist crazy in den D nickel- autos und Kesselwagen-Welt. ja so ein wenig wie gezovl maj sein.